Vor mir sitzen zu denken. Ich hoffe, dass das so bleibt und ich freue mich, dass ich heute hier vor Ihnen eine Lesung halten kann. Das ist die erste seit drei Monaten, denn so lange war ich von jeder Veranstaltung ausgeschlossen. Ich war nicht der Einzige, die Theater haben mich aufgemacht. Also für mich ist das eine Premiere und ich freue mich, Sie jetzt vor mir zu sehen und ich hoffe, wir werden uns über, na, die Zeit werde ich mich nennen, über eine Zeit gut vertragen. Vielen Dank. Willkommen. Vielen Dank.